So, ich muss mal Sandy schreiben, ob sie heute Zeit hat. Weil sie hatte gestern schon keine Zeit. So, nur noch Haare kämmen. Dann kommt gleich Kilian vorbei. Ich freu mich so. So, mich nochmal im Spiegel angucken. Wie seh ich aus? Ich denke, es passt. So, wie spät ist es jetzt eigentlich? Sandy hat gesagt, ich soll jetzt dann gleich vorbeikommen. Äh, ja. Okay. Ich könnte auch noch irgendwas mitnehmen. Am besten eine Cola. Hm, brauchen wir noch was? Oh, vielleicht Eis. Das ist eine gute Idee. Äh, ich komm schon. Oh, das ist bestimmt Kilian. Ich hoffe, es ist Kilian. Da ist er ja. Hi Kilian, komm rein. Yo, Sandy. Ich hab, ähm, Eis mitgebracht und Cola. Du hast, warum hast du denn Eis und Cola mitgebracht? Es ist noch nicht mal Mittag. Hä, wie meinst du das? Eis kann man immer essen. Ähm, ja stimmt, da hast du recht. Äh, warte, ich helfe dir. Ich mach auf, dann können wir die Sachen schon mal in den Kühlschrank packen. Inzwischen. Boah, Sandy hat sich immer noch nicht gemeldet. Normalerweise antwortet sie immer auf meine WhatsApp-Nachrichten. Was ist da denn im Moment los? Äh, warte Kilian. Mein Zimmer ist jetzt gleich hier rechts. Oh, stimmt. Deine Mutter und, ähm, dein Stiefvater haben ja jetzt das Zimmer. Das hab ich komplett vergessen. Ja, ja, ich freu mich schon, wenn ich mein Zimmer wiederbekomme. Aber solange Ben so klein ist, passt das schon. Weil das Zimmer ist echt viel zu klein. Also für zwei Personen und ein Baby. Ja, da hast du schon recht. Das Zimmer ist echt nicht das Größte. Oh, äh, warte mal. Ich glaub, mein Handy hat geklingelt. Wer ist es denn? Oh, äh, ich glaub, Mila hat geschrieben. Aber, boah, warte mal, Kilian. Ich muss dir unbedingt das neue Roblox-Spiel zeigen. Was? Ein neues Roblox-Spiel? Ja, der Honkai Star Rail Roblox-Simulator. Da wurde Honkai Star Rail das Spiel, das bei den Game Awards gewonnen hat, in Roblox nachgestellt. Ein Entwickler hat das gemacht und ist einfach richtig cool. Guck mal, hier ist Pompom. Gemeinsam mit Pompom kann ich gegen die Gegner kämpfen. Die geben mir dann Credits. Und wenn wir die Gegner besiegt haben, dann können wir für die Credits verschiedene Sachen eintauschen. Cool, oder? Aber nicht nur das. In Panacone haben wir sogar ein eigenes Zimmer. Und wenn wir da hingehen, haben wir tatsächlich Charaktere von Honkai Star Rail. Wir haben March 7, mein absoluter Lieblingscharakter Blade. Und die nagelneuen Charaktere Black Swan und Sparkle. Wir bekommen auch kostenlose Sachen. Und wenn wir 50.000 Credits haben, können wir Yarilo 6 freischalten. Bist du neugierig geworden? Dann probiere unbedingt den Honkai Star Rail Simulator auf Roblox aus. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ja, und deswegen spiele ich das jetzt die ganze Zeit. Ich finde es richtig cool. Wow, Honkai Star Rail in Roblox. Das ist richtig cool. Ähm, wo habe ich denn mein Handy? Ich muss gleich Roblox starten. Cool, lass zusammen in den Lobby gehen. Das gibt es ja nicht. Sie hat immer noch nicht geschrieben. Ich rufe sie jetzt an. Oh, Sandy, geh ans Telefon. Hallo. Ups, ich habe Mila aus Versehen weggeklickt. Sie hat gerade angerufen. Ruf sie doch einfach zurück. Äh, ja, gute Idee. Wo habe ich jetzt mein Handy hin? Hier. Ähm, es klingelt nicht mal. Ja, dann probiere es einfach später nochmal. Ja, mache ich. Du, sag mal, wollen wir was unternehmen? Wir könnten mit den Rädern zu Starbrooks fahren. Coole Idee. Oh, Starbrooks habe ich voll Lust drauf. Komm, lass gleich los. Yo, wir können los. Oh, Herr Kilian, warte auf mich. Ein paar Sekunden später. Boah, wenn sie jetzt auch nicht zu Hause ist. Das gibt's doch nicht. Erst antwortet sie nicht auf meine SMS. Dann geht sie nicht ran, wenn ich sie anrufe. Und jetzt ist sie nicht zu Hause. Ist das ihr Ernst? Boah, Starbrooks war echt die beste Idee, Kilian. Yo, finde ich auch. Ähm, wenn du möchtest, könnten wir in die Nachmittagsvorstellung gehen. Ich glaube, uns neuer Kinofilm rausgekommen. Ja, cool. Hört sich gut an. Wir könnten auch Mila und Kevin fragen, ob sie mitkommen. Ähm, lass doch heute einfach mal alleine gehen, okay? Ich möchte alleine mit dir Zeit verbringen. Ja, klar. Ich freue mich immer, wenn wir Zeit miteinander verbringen. Cool. Was? Das ist nicht ihr Ernst? Ich fasse es nicht. Sie meldet sich nicht. Weil sie lieber mit Kilian was macht? Boah, der kann was erleben. Du, du nimmst mir meine beste Freundin nicht weg. Ich sehe schon, wie das jetzt hier ist. Ganz ehrlich, sowas Gemeines hätte ich von dir nicht gedacht, dass du mir einfach meine Freundin jetzt vorenthältst. Was? Was? Mir reicht's jetzt komplett, Kilian. Ganz ehrlich. Du bist doof. Was ist denn jetzt mit dir nicht in Ordnung? Ja, nur wegen dir meldet sich die Sandy jetzt nicht mehr. Weil die jetzt nur noch den ganzen Tag 24 Stunden mit dir abhängt. Was? Ich? Hä? Was ist Mila? Äh, Mila, jetzt chill mal. Ich chill jetzt gar nicht mehr, weil es mir jetzt reicht. Ähm, Kilian, was ist da gerade passiert? Ähm. Ehrlich gesagt glaube ich, dass Mila mit mir streitet, weil wir zu viel Zeit miteinander verbringen. Ähm, ja. Aber sie hat doch total überreagiert, oder nicht? Naja, ich glaube, sie hat gesagt, sie hasst mich. Nur weil du dich nicht gemeldet hast. Das ist schon ein bisschen krass. Ähm, ich rede mit ihr, okay? Ja, besser ist das wohl. Boah, Mila. Dann schreib mir halt zurück, wenn ich dir schon schreibe. Äh, das ist alles nur ein Missverständnis. Missverständnis. Irgendwie ist sie völlig durchgeknallt. Nichts denn das. So, noch schnell Zähneputzen vor der Schule. So, wo ist meine Schultasche? Hier. So, ähm, ich komm schon. Tschüss Mama, bis später. Hi Kilian. Au, ähm. Du siehst nicht gut gelaunt aus. Ach ja, Mila hat sich immer noch nicht gemeldet. Die ist echt sauer. Boah, na komm. Ich erzähl dir ein paar Witze auf dem Weg zur U-Bahn, okay? Äh, die kannst du mir aber nur erzählen, wenn du auf mich wartest. Warte auf mich. Kilian, du bist so lustig. Boah, das ist ja toll, dass ihr so schön gelaunt seid. Ganz ehrlich. Boah, Mila, ganz ehrlich. Ich hab jetzt gar keinen Bock mehr auf solche Zickereien. Oje. Jetzt ist Kilian auch noch sauer. Oh nein. Zickereien? Ich geb dir gleich Zickereien, Kilian. Ganz ehrlich, du bist schuld, dass die Sandy gar keine Zeit mehr für mich hat. Und ich hab jetzt einfach die Nase voll von dir. Du bist einfach doof. Ähm, ähm, ich glaub, jetzt ist es eskaliert. Boah, ähm, können wir vielleicht mal alle ganz kurz wieder runterkommen? Wir sind doch hier alle Freunde. Vor allen Dingen, ich glaube, ich bin an dem Ganzen schuld, weil ich hab ihr ja nicht geantwortet. Und ich hab ja nicht, also ich, ich fühl mich irgendwie schuldig. Und jetzt hasst sie dich und du hasst sie. Das ist eine Katastrophe. Ähm, was machen wir denn jetzt? Äh, ich geh am besten ihr hinterher und rede mal mit ihr. Ähm, Kilian, bist du bereit, also vielleicht, dass du dich entschuldigst? Alter, für was denn? Okay, keine Entschuldigung, kein Problem. Ähm, Mila? Mila, wo bist du? Oh, hier bist du. Mila, es tut mir leid. Was tut dir leid? Na, dass ich in den letzten Tagen nur Zeit für Kilian hatte. Und du hast recht, ich hab dich total vernachlässigt. Es tut mir leid, Mila. Aber das ist nicht Kilians Schuld, wirklich nicht. Er fragt mich, ob wir was machen wollen und ich sag immer ja. Und ehrlich gesagt, er wollte mit euch gemeinsam ins Kino und ich hab gesagt, ich möchte alleine mit ihm Zeit verbringen. Also, war nicht Kilians Schuld? Nein, ich bin einfach nur eine super schlechte Freundin. Es tut mir leid. Und du bist immer noch meine Freundin? Also, meine beste Freundin? Natürlich, ich bin immer deine beste Freundin. Okay, dann hab ich vielleicht ein bisschen überreagiert. Wuhi. Ach, der Kilian wird schon vertragen. Wollen wir wieder zu den anderen gehen? Äh, ja. Komm. Jo, Kilian, es tut mir leid. Ich hab überreagiert. Ist schon okay. Ich hätte dich auch nicht anschreien sollen. Ja, Gott sei Dank bin ich froh. Ähm, nachdem wir jetzt gestern nicht im Kino waren, ähm, wollt ihr mitkommen? Äh, es ist ein neuer Film rausgekommen im Kino. Gute Idee. Lass da hingehen. Dann war's es aber mit diesem Brokehaven-Rollplay von heute. Check unbedingt Honkai Star Rail in Roblox aus. Der Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Lass ja sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus.